Moin liebe Leute, wir melden uns heute wieder aus Eisenach am 8.8.2022 zum Montagsspaziergang. Für Frieden, Freiheit, Souveränität, gegen Impfzwang. Die Polizei ist auch da. Ist das klar? Geh. Slashkamp Die Polizei ist auch da. Die Polizei ist auch da. Wenn sie sehr gut sind, das ist dann. Und jetzt werden die Polizei das für Marksscheidung meldet. Das ist eine ganz spannende Anlage. Der hat sich in der Stadt betrachtet. Das ist ein bisschen schwierig, weil es das betrachtet ist, Musik 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 Frieden, Freiheit, Souveränität! 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 Musik 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 Friedensschaften ohne Waffen, Friedensschaften ohne Waffen, Friedensschaften ohne Waffen. Friedensschaften ohne Waffen, Friedensschaften ohne Waffen, Friedensschaften ohne Waffen. Friedensschaften ohne Waffen, Friedensschaften ohne Waffen. Musik Musik Musik